Hallo und herzlich willkommen bei ideaTV. Die pfingstkirchliche Familie Fordui aus Rumänien, die seit drei Jahren in der niedersächsischen Stadt Walzrode lebt, sorgt derzeit international für viel Aufsehen. Das für die Stadt Walzrode zuständige Jugendamt hat die sieben Kinder der Familie in Obhut genommen und in Wohngruppen sowie bei einer Pflegefamilie untergebracht. Den Eltern wird vorgeworfen, das Kindeswohl zu gefährden. Auch weil die Kinder zur Kirche gehen und regelmäßig die Bibel lesen müssen, sehe das Jugendamt eine Einschränkung der kindlichen Entwicklung. Die Familie bemüht sich um eine Wiedervereinigung, doch das Jugendamt lehnt jegliche Zusammenarbeit ab. Gegen das Vorgehen der Behörden gab es inzwischen weltweit Proteste. Der Christ und Journalist Luca Biniat ist gegen Kaution aus der Haft im nigerianischen Bundesstaat Kaduna entlassen worden. Biniat war am 4. November unter dem Vorwurf festgenommen worden, er habe Cyberstalking begangen. Er hatte kritisiert, dass Kadunas Regierung unzureichend auf Massaker an Christen durch Islamisten reagiere. Der Prozesstermin gegen den Journalisten wurde auf den 28. Februar festgesetzt. Freikirchen sind für die Gesellschaft relevant. Sie sind Salz und Licht für die Welt. Doch das funktioniert nur, wenn sie sich zu Christus bekennen. Diese Ansicht ist der Präses des Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden Johannes Justus. Bei der Leiterschaftskonferenz der Geistlichen Gemeinde Erneuerung am 28. Januar sprach er über genau dieses Thema. Allgemeine Gottgläubigkeit ist kein Problem, egal wo ich bin, weltweit. Aber wenn ich mich zu Christus bekenne, da scheiden sich die Geister mit. Sofort. Wenn ich mit Menschen über Gott rede, ist es kein Thema. Da kann man mit vielen Menschen ins Sprech kommen und ist man tolerant mit ihnen zusammen. Plötzlich, wenn man sich zu Christus bekennt, einige sagen, du bist intolerant sowieso. Wenn du dich zu deiner Frau bekennst, bist du auch intolerant. Also, du bekennst dich doch zu dem, den du liebst, nicht wahr? Stimmt's. Häufig brauche es viel Mut, sich zu Christus zu bekennen und das Licht des Herrn weiterzugeben. Doch Jesus habe uns für solche Herausforderungen gewappnet. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, erklärt Justus. Er schenke uns die notwendige Kraft, man müsse sie nur einsetzen. Das waren die DRTV Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.